willkommen zurück zu einer neuen folge lerne kräfte so wir wollten machen die schamette linge so es haben natürlich ein sehr sehr weiten weg so dann machen wir die zwei mit den meisten die meisten prozente schammetterlinge jetzt haben ich mich so viel eisen verballert muss ich da wieder eisen mitnehmen ach komm wir wollten was machen aber wenn wir schon mal da sind so nicht da hätten müssen wir hin wir müssen mal gucken was wir brauchen habe ich wieder vergessen schöne schmetterlinge so was brauchen wir ich würde ganz gerne hier nehmen das heißt ich brauche eine seltene larve ach so das ist per zufall seltene larve mutagen dünge seltene larve mutagen das ist ein zufall welcher von den beiden kommt das ist ja doof ok mutagen und dünge brauchen wir auf jeden fall ich dachte schon hat vieles tot mutagen und dünge machen wir am besten gleich zweimal brauchen ja zweimal schmetterlinge vielleicht vielleicht kriegen wir das ja auch gut hin dass vielleicht kriegen wir das ja hin wir waren mal das neger keine lappen oder war doch mal aus das ding kriegt mal lappen wieder hergestellt ne na komm es egal hier ist silizium ich habe den silizium mitgenommen passt alles rein okay da packen wir das eisen hier noch wieder rein so unter titan hoffe ich passt hier rein passt nicht rein so mutagen zweimal mutagen also müssen wir erst mal das herstellen also brauchen wir sechs mal algen 1 2 3 4 5 6 und sechs mal wasser unser border ist alle so das haben wir nein quatsch jetzt brauchen wir methan und schwefel und methan hatte ich glaube ich da oben hingestellt oder hatte ich das so haben wir auch nein und so und jetzt brauchen wir noch einmal so zweimal schwefel hier mal aubergine 1 2 3 4 und sechs mal algen 1 2 3 4 5 6 war das jetzt richtig oder habe ich jetzt wieder was falsch gemacht nein einmal zweimal zweimal so und dann brauchen wir erst nur noch zweimal ungewöhnliche lave gucken wir mal ob die da drin ist es sind dauernd sagen wir so haben wir noch zweimal von denen so wie war doch ungewöhnlich ne nicht seltene neu wir haben gar keine einmal eine seltene haben wir bloß ach du ahnst das nicht haben wir da drüben noch einmal eine seltene nein auch nicht ach das ist ja mist können wir da nicht was herstellen hier brauchen wir auch noch bienenlabe bienenlabe oh gott so kommen wir her 67 prozent oder meine gucken wir noch wegen der bienenlabe da brauchen wir die ungewöhnliche mutagen und dünge bitte lasst das dass das die grüne sein bitte die grüne ja 230 2 kommen aber jetzt bitte die grüne haben wir haben wir keine seltene okay dann würde ich sagen machen wir das hier wenigstens einmal ungewöhnliche ungewöhnlich war das ne und dann stellen wir eine bienenlabe her wenigstens und das ding bringe ich schon mal da hinten hin wenigstens und dann werden wir mal hier einen schönen bauernhof hier hinstellen können wir bald mit dem traktor durch die gegenseitig war natürlich quatsch hatte ich jetzt labe klar geht das alles auf hier drückt immer mehr kaputt aber wir haben bald eine atmosphäre das heißt dann brauchen wir vielleicht bald gar nicht mehr sauerstoff tanken brauchen wir nur noch erden und trinken ja geht gleich los geht gleich los machen wir hier gleich und da machen wir gleich so reicht so ne komme hier kommen wir hier mit einem schönen schmetterling hier ich bin begeistert aber ich denke schon wieder auf dem haufen das ist ein bisschen doof naja ist egal so nehmen wir hier die baumrinder gleich wieder mit dann haben wir eigentlich noch alles drin in der tisch ok ok nehmen wir das mal alles mit können wir alles hier riedium stäbe sauerstoff ungewöhnlich sicherung nehmen wir auch mit bei den sauerstoff können wir drinnen lassen die samen lassen wir es hier kürbis bräuchte ich noch einmal eine kürbissamen das heißt ich muss demnächst noch mal in die raumschiffe gehen ihr könnt ja mal sagen ob ihr mit in die raumschiffe wollt oder ob ich das alleine machen soll also wenn ich natürlich mit raumschiffe meint natürlich die alten wenn ich natürlich neues finde dann nehme ich euch natürlich mit aber ich müsste ja da hinten noch mal hin da war ja noch was in das ding müsste ich noch mal rein da weiß ich nicht ob ich da jetzt alles schon habe so was wollte ich jetzt überhaupt tun ach so er wollte ich den ganzen quatsch abladen hier so iridium ich glaube wir brauchen einen triebwerk schrank habe ich habe ich habe ich nicht und zwei drei hier haben wir noch genug platz werke und so sondern können hier die dinge rein ja mit der sicherung muss ich nur überlegen wo ich die hinschmeiße hier kommt baum rein dann haben wir hier die peter oder pest blablabla so null war hier buxa war hier ein osmium stab den schmeiße ich natürlich bei osmium rein super legierung stab schmeißen natürlich bei super legierung rein so was wollte ich jetzt bauen ach jeder sinnvolle bauen so bienenlarven bienenlarven wieder vergessen was ich brauchte ok stellen wir jetzt mal das her was wir hier haben so warte mal ich gucke erst noch ob man oben den grünen dinge den hatte ich doch irgendwo war das nicht hier war das nicht hier war das nicht hier ich hätte aber irgendwo achten habe ich glaube ich verwendet für irgendwas ach mist 1 2 3 1 2 3 machen wir gleich zweimal und dreimal wasser so ja das war ja bakterien also noch zweimal oben noch zweimal die aubergine gehen alle ja jetzt brauchen wir natürlich eine ganze menge hier mit dem nein ob wir das noch einmal drin sein nein nein ja schwefel ist hier es war ein schädel bohrer aber lässt auch zu wünschen übrig naja kommt machen wir war da wird es grün ich denke mal dass wir da auch gleich rot das war auch da auch bald hochkommen können erklären können ja was machen wir dann da oben wieder finden vielleicht bricht ihr die ganze höhle irgendwann zusammen hier weiß man das ja ich trinke gleich was so ich mache gleich zwei wir brauchen ja wir brauchen ja wir brauchen ja wir brauchen ja die hier noch und das heißt wir brauchen mit an kürbis war das einmal oder zweimal mit haben einmal kürbis ach und einmal algen noch so jetzt gut haben würden jetzt müssen wir noch einmal das herstellen zweimal aubergine dreimal aubergine ist alle ist wieder voll ja zweimal aubergine habe ich gesagt ja zweimal aubergine und dreimal algen passt genau rein so das haben wir dann auch dann brauchen wir einmal super legierung und zweimal bienenlarven aber meine tage ist jetzt garantiert voll ok dann kann ich den schwebel wieder rausschmeißen ok dann bringen wir mal runter was brauche ich jetzt hier nicht was könnte ich eigentlich hier lassen das brauche ich glaube ich auch nicht magnesium ist hier voll müssen wir nach oben aber ist hier bestimmt auch schon bald voll ja ok damit hobalt da rein und eisen hier rein ok eisen bin ich auch voll aber eisen passt bestimmt hier noch rein hier so das haben wir das haben wir das haben wir was habe ich jetzt gesagt erst mal die bienen nachkommen die daten können wir gleich mitnehmen hier so und jetzt müssen wir gucken was wir für die bienenlage da brauchen oder glaube ich auch noch wieder dünge oder mutter gehen aber doch hier bin ich das zum trinken so sie war drin ja eine bienenlabe haben wir was hatten wir schon war einmal mutter gehen brauchen ne war das jetzt mutter gehen oder allerdings mutter gehen ja ok ok einmal mutter gehen ich würde sagen ich lass das mal alles hier ich würde sagen ich lass das mal alles hier so habe ich hier laben drin da bin ich doof ich lass mal das hier das hier das hier das hier das hier warte mal das brauchen wir glaube ich für mutter gehen ich brauchte nur einmal ne ja dann würde ich sagen gut dann gucken wir mal schnell mutter gehen aber dann noch einmal allen mitnehmen von hier ja so liebe ich das abfahren hier das finde ich viel schöner ich bin voll als die borger aber ich denke ja mal ich hoffe dass die borger irgendwann mal kommen wo man wirklich reinpacken kann was man will rausholen kann was man will und nichts das was die er will also mutter gehen so das heißt ich brauche erst mal das dreimal wasser 9 1223 drei mal wasser obwohl ich hätte mehr mitnehmen können und mutter gehen brauche ich auch nochmal allen war das nicht so betan und schwefel so einmal schwefel Einmal Methan. Das kriegt er der Stelle. Zupi, habe ich auch. Äh. Ja, dann habe ich alles. Dann können wir jetzt schnell noch eine Bienenlarve herstellen. Larve. Meine Schnecke macht sich immer Lust wieder darüber, wie ich das ausspreche. So, ne? Genau, können wir herstellen. Ne, warte, was war das jetzt? Die ungewöhnliche. Ungewöhnlich. War das jetzt richtig? Wehe nicht. Ja. Dann gibt mir hier die... Ach, ne, das ist was anderes. Das können wir ja noch gar nicht herstellen. Byton Plank. Äh, äh, Phytoplank. Was? Byton Plank war das das denn? Byton Plank. Ich brauche aber als Schränke ohne Ende. Und gib mir her hier. Warte mal, brauche ich überhaupt zweimal Bienen? Ach, jetzt mal Bienen brauche ich, ja. Na, da bin ich ja mal gespannt, was da jetzt gleich kommt. Ja, damit. So, das Blöde ist, dass ich da drüben nur einmal Schmetterlinge habe, leider. Nein, jetzt fehlt mir einmal Wasser. Ich glaube es ja nicht. Nicht, dass der Felsen irgendwann mal zusammenbricht. Hm. Na guck mal, hier zerbricht auch alles. Habe ich das so weit über das Feld, über den Felsen drüber gebaut? Ich denke mal, da werde ich gleich mal gucken. Okay, das kann man so hinbauen. Das werde ich mal hier drüben hinstellen. Hier vorne ist es ein bisschen flacher. Am besten hier so, gleich an der Seite. Was ist das hier? Ah, wieder eine große Gemeine. Seltene. Hahaha. Was ist das? Komm, gib her, die seltene Larve hier. Hier schon wieder, hier schon wieder irgendwie eine Wand. Ah, die ist so, ist eine Gemeine. Ist aber gemein. So, was kommt denn jetzt hier rein? Äh, öffne. Da kommt bestimmt rein eine Pflanze, wa? Oder ist das... Guck mal. Ach, das ist doch scheiße. Warum stehen denn die Bienen wieder? Ich würde sagen... Keine Ahnung. Äh, hier muss eine Pflanze rein. Aber was? Ob da vielleicht... Ähm... Ich hole mal... Ich hole mal, äh... Die fliegen. Ich hole mal hier irgendwie einen Samen hier. Was, was, ich? Eine Aubergine oder so. Mal gucken, ob das funktioniert. Oh, Eisen bin ich ja auch fast voll. Oh, ooo... Obald? So, was wollte ich jetzt tun schon wieder? Achso, ich wollte mal einen Samen holen. Und zwar, Andi, der ist unten. Und zwar hier. Nein. Quatsch, die sind da oben. Äh, hier. Nein, Mensch, warte mal. Sicherung. Halt, da war noch eine Sicherung. Hier sind die ersten Samen. Was nehmen wir denn? Wenn wir mal das hier nehmen, weil Bohnen haben wir noch gar nicht. Ne, einmal Bohnen, glaube ich, reicht, ne? Wir haben ja Bohnen noch gar nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir die nachher auch irgendwann brauchen. Achso, habe ich euch letztendlich erzählt, dass ich den Radar da oben draufgestellt habe? Nein, Quatsch. Mal sehen, ob das kommt. Ein Prozent. Ist ja geil. Und denn? Ist ja cool. Ich bin so begeistert. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wir haben eigentlich jetzt alles, ne? Außer das hier. Aber das kann ich ja leider noch nicht bauen. Ich würde mal sagen, ich werde mal kurz reingehen an den Computer. Ich will mal gucken, wann das nächste freigeschaltet wird, glaube ich. Hätte ich auch da hinten machen können. So, hier. Hier haben wir nur noch Extraktor 2 bei 364 MPa. Wir sind bei 255. Bei 364. Okay, Luftdruck müssten wir ein bisschen hoch prügeln vielleicht noch. Nein, was haben wir denn noch? Extraktor 3. So, was haben wir hier? Baum-Samen-Verteiler. Lege Baum-Samen hinein, um Bäume zu züchten. Bei 6 QQM. Oh, ist ja bald. Geil. Was haben wir denn? Sammler des Wasserlebens. Sammler gehen nach Standort. Ach so, Pythoplankton, das brauchen wir doch. Und Fische. Ah, bei 155. Nee, warte mal. 155 QQM. Was? Das dauert ja noch ewig. Aber Teleporter bei 25 GTI. Bei 13 sind wir. Oh, ich bin so begeistert, dass wir die unbedingt haben, dieses Teil. Okay, aber wir müssten hier mal gucken, was wir hier noch so brauchen. Äh, was hier noch freigeschaltet wird. Hier kommt es bei 870 Tonnen. Und wir sind bei 1,8 Tonnen. Das ist ja gar nichts. Ach du Shit, was soll man da noch machen? Schaukasten. Oh, was ist das denn? Um die Schmetterlinge zu sehen. Ach so, okay. Muttergen 2. Bienenstock 2. Was haben wir hier? Heizung 5. Bei 8,3 Kilotonnen Biomasse. Was? Bei 8,3 Kilotonnen. Da bin ich ja ewig noch nicht. Was? Oh, 70. Oh Gott. Du Schabernack. Oh, guck mal, Frosch. Er ist bei 80 Kilotonnen. Okay, was wollte ich jetzt als nächstes machen? Kann man hier noch irgendwas tun? Warte mal, die Pflanze habe ich doch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. da muss ich raus da muss ich gucken was das ist hoha das ist aber hier und bin ich auf dem kopf was war das jetzt eben kann ich sogar mal hingeflogen wie soll ja nichts super legierung super legierung und das geht schon wieder los halt hier geblieben sag mal was ist denn hier los und so ist letztens auch passiert und ich bin rumgelaufen wie ein kaputt und habe eingesammelt wie ein blöder und habe nach gemeine brauche ich erst mal nicht deswegen habe ich die ganzen schränke voll da drin und leider mal mal selbst hier bei mir vor der tür liegen sie ich brauche ich mich aber ich glaube ich werde diese folge baumsamen verteilte 2 wo haben wir ihn haben wir ihn waren wir ihn waren wir ihn sauerstoff oh ja den machen wir auf jeden fall kommen bakterien probe das machen wir das glaubt ihr gesehen dass es über 2000 sauerstoff so bakterien probe gott brauchen muss dreimal algen 123 sondern würde ich sagen ich gehe erst mal runter und schmeiß erst mal die legierung weg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 war einmal aluminium fehlt so dann können wir den stab nämlich da rein schmeißen und hier schmeißen wir das zeug rein gibt ich mir eine labe so was wollte ich tun genau bakterien nähe da zwei so hatten einmal hier dann brauchen wir einmal die ok wir brauchen einmal grüne zeug also jünger war schwefel noch nicht fertig zweimal aubergine und drei algen glaube ich und für den grünen brauchen wir jetzt noch einmal kürbis einmal methan war das einmal methan jane ich hoffe nicht zweimal den reger am teller ja doch zweimal methan so einmal methan das ist eine sehr baureiche dinge hier ach mensch einmal algen noch mann ich hab's doch gesehen warum ich nämlich hat nicht gleich mit so so dann brauche ich nur noch einmal baumrinde heute nämlich von hier gleich mit 2 so ach so dann bräuchte noch einmal dann brauche ich ja noch einmal was für den welcher rein stopfen kann die haben 400 kommen die mit scheiß drauf stellen wir die mal hier hin ach die können wir überall hinstellen aha geil ist ja was das weg mal jetzt hier in kloppen ich möchte hier gerne groß ist der ring ich möchte hier bäume haben warte mal möchte da drüben bäume haben am besten so schön so schön vorm eingang hoch chor vor Quem vor vor